Möchten Sie eine oder mehrere Lamellen zur Reparatur oder zum Umdekorieren austauschen, nehmen Sie sie zunächst aus dem Vorhang. Entfernen Sie dazu die Verbindungskette von der Vorderseite der Beschwerungsplatten und ziehen Sie diese nach hinten aus dem Hohlsaum der Lamelle. Nun können Sie die Lamelle aus den Lamellengleitern aushängen. Auf dem Tisch ist es besser zu sehen. Drücken Sie die eine Seite des Gleiters leicht nach außen. Mit einer Bewegung erst zur Schiene und dann leicht gekippt von ihr weg, lösen Sie die Lamelle. Messen Sie die Lamelle dann vom Saum an der Oberkante bis zum Hohlsaum an der Unterkante aus. Wählen Sie für die Bestellung bei Ihrem Händler die Option Ersatzlamellen. Geben Sie nach der Stoffauswahl das ermittelte Maß ein, die Maßangabe erfolgt in Millimetern und wählen Sie die passende Lamellenbreite. Nach der Lieferung können Sie die neuen Lamellen dann in die Gleiter einhängen. Achten Sie insbesondere bei beschichteten Lamellen auf die richtige Ausrichtung. Schieben Sie dann die Beschwerungsplatten wieder in den Hohlsaum am unteren Lamellenende ein und befestigen Sie zu guter Letzt auch die Verbindungskette wieder. Mit wenig Aufwand ist so Ihr Lamellenvorhang repariert oder umdekoriert. Wir wünschen weiterhin viel Freude mit Ihren Sensuna Vertikal-Lamellen.